Habt ihr eure Kerzen angezündet? Ich versuch's ja, mein Feuerzeug geht dauernd aus. Beeil dich, wir müssen... Wie spät ist es? Eine Minute vor Mitternacht. Komm schon heute noch, wenn's geht. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, hockt euch alle hin, los. O Zyrus, Hüter des Tores, Gebieter über das Schicksal, erhöre uns. Herr über die Vergangenheit und die Zukunft, über Wissen und Weisheit und das Nichts. Nimm an unser Opfer, erhöre unser Flehen. Willow. Nein! Sie hat gesagt, sie würde geprüft werden und das hier gehört zur Prüfung. O Zyrus! Hier liegt die Kriegerin der Menschheit begraben. Lass sie die Grenze überschreiten. Willow! Sie braucht Hilfe. Sander, sie ist stark. Wir müssen weitermachen, egal was passiert. Lösen wir den Kreis jetzt auf, war alles umsonst. Oh Gott, was ist das für ein Krach? Oh Zyrus! Lass sie die Grenze überschreiten! Willow! Willow! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Teste, dein Test! Oh, mein Test! Oh, Willow! Willow! Oh, Zerus, gib sie frei! Willow, schnell, setz mich in Stand! Willow! Willow! Seht mal, was ich gefunden hab! Lauf weg! Schnell, schnell! Anja! Lass sie frei! Los, gib Gas! Willow! Willow, geht's dir gut? Hat's funktioniert? Tut mir leid. Willow! Willow, geht's dir gut durch! Willow! 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 Willow, geht's dir gut durch! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.